Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Angesichts des Abfertigungschaos an deutschen Flughäfen zu Sommerbeginn hatten die Verbände der Flughäfen und der Bodenabfertiger darauf gedrängt, mindestens 2000 Aushilfen aus der Türkei zu erleichterten Bedingungen anheuern zu dürfen. Allein in Frankfurt sind wegen der Personalnot schon tausende Flüge gestrichen worden. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass laut dem Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft aus den angedachten 2000 Helfern nur noch 250 geworden waren, da die Bürokratisierungshemmnisse zu groß gewesen seien. Jetzt hat laut der Deutschen Presseagentur ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport bekannt gegeben, dass der Frankfurter Flughafen freiwillig auf Aushilfskräfte verzichten will, die befristet in der Türkei angeworben werden sollten. Die über einen türkischen Personaldienstleister angebotenen Kräfte verfügten nicht über die erwarteten Qualifikationen. Es fehle unter anderem an der avisierten Flughafenerfahrung und Deutschkenntnissen. Der Aufwand für entsprechende Schulungen sei bei einem auf drei Monate begrenzten Einsatz nicht dem erreichbaren Nutzen angemessen. Seit Jahresbeginn habe man bereits mehr als 1000 Menschen selbst eingestellt, die nach und nach in den benötigten Funktionen ankämen. Die Situation werde sich im Herbst weiter entspannen. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.